Hallo! Sonst noch... Ah! Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Eben mal alles schön mitnehmen. Und noch einen neuen Knoten. Sehr schön. Was gibt's hier? Hier irgendwas? Hat der was dabei? Nein. So, dann... Aktivieren. Das Signal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der COM-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Hm... Ja... Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ernsthaft? Wo sollst du auch sonst wieder kommen? Alter, wie viel halten die aus? Alter, wie viel halten die aus? Kann man nicht die Beine verschieben? Ich habe Antenne aufgehoben. Ah, okay. Brücke heißt, also zurück zur Monorail. Irgendwo abkürzungsmäßig? Nein, ich muss nochmal durchs Feuer. Da speichere ich wohl, weiß nicht, äh, sicherheitshalber Feuer nochmal. Weil es ist ja mittlerweile doch einiges geschafft. Warte mal hier entlang. nach oben. Flieg! Mann. Näääää. Ich sagte, obend. So. Das Unterhaltungsprogramm ist auch pünktlich. Kommt noch ein Animateur? Nein. Böser Kopf. Böser Kopf. Oh, da hinten ist noch ein. Ähm. Medi-Pack. Das war... Oh. Was wollte ich sagen? Äh. Vergessen. Hier noch irgendwas? Nein. Warning. Extreme Danger. Ähm. Einfach wieder zurück. Einfach wieder zurück. Monorail. Monorail. Und Kapitel 7. Abgeschlossen. Ah, wie viele Kapitel kommen da eigentlich noch? Oh, das ist so her, dass ich den das letzte Mal gespielt habe. Suchen und retten. Setzen Sie Sekundärfeuermode Ihrer Waffe ein, um neue Kamp... Was auch immer. Strategien zu erarbeiten, vermutlich. Versteigen Sie Ihre Waffen, indem Sie Ihre Gegner in der Werkbank einsetzen. Jetzt müsste ich vielleicht wieder... genau. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Baylor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit Ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Was brummt hier? Solange ich nicht wieder an derselben Stelle erschrecke, ist alles okay. Hallo? Zugeschleimt. Ist ja ekelhaft. Was hat es eigentlich evolutionstechnisch für ein... Was hat es eigentlich evolutionstechnisch für ein... Sinn, dass diese Spezies einen Arm entwickelt, der explodieren kann? Ich meine... Gegnertyp technisch witzig, aber irgendwie... Sinnbefreit. Ich weiß... Was ist das? noch rumkrebsen, sonst wäre die, äh, Quarantäne nämlich schon aufgehoben. Ah ja. Quarantäne aufgehoben. Yay. So. Was ist man da? Da, da, da. Ah, ein Starzepack. Da, wo, ach, da rein. Kontrollieren wir die Map. Unsere Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Coms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Wenn das Rauschen über den Bildschirm hinausgeht. Bis zum nächsten Mal. Oh, Gott. Ja. Oh, 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 oh. Ist jetzt da Ruhe? Gut. Okay. Ich krieg wieder jede Menge Zeug. Vermutlich werde ich das auch brauchen. Erst den abschießen, dann den abschießen. Sehr schön. Oh. Okay. Pläts. Zum Com-Array. Was in aller Welt? Okay. Mann, 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 Mann. Wo ist er denn hin? Wo er? Ja, Himmel, Herrgott. Oh, Rubin-Halbleiter. Da ist eh verschlossen. Ne, nicht speichern. Braucht man nicht. Wir sind Pros. Bumm-Tot. Ne, doch nicht. Au, die Leute. Auf der Kommunikationszentrale First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Masai ist abgelehnt. Er würde es nicht zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Mayday, 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 Mayday. Hier ist die USG Ishimura. Hier ist... Verfluchte Scheiße. Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bailey out. Okay. Ah, Knoten. Und ich darf hier wieder rumfahren. Und der Dünger haben die da kommen. Und ich darf hier wieder rumfahren. D dernier, wo wurde es Euh. W circumstances hatte年 Hallo.